Hallo zusammen, wir machen die Lehrerstelle bei Spitex-Höfe. Wir zeigen Ihnen, was wir machen. Kommen Sie doch mit! Was wir als Fahrgelernende in den Spitex-Höfe haben, was andere nicht haben, ist geregelte Arbeitszeiten, genug Zeit zum Lernen auch während der Arbeitszeit und selbstständiger unterwegs sein mit dem Roller. Zwischen den Mitarbeitenden und den Lernenden haben wir immer eine super Stimmung. Wir können mega viel miteinander lachen und durch unsere verschiedenen Skills können wir viel voneinander profitieren. Spitex-Höfe lebt für die Lernenden und ermöglicht mir zum Beispiel ein Auslandspraktikum für vier Wochen in Irland. Schon auch geil, oder? Meine Berufsbilderinnen erklären mir alles auf meinem Level. Und es ist alles auf meine Zeit abgestimmt, so viel wie ich brauche. Ich darf Fehler machen und ich habe keine Angst, davor, Fehler zu machen. Sie stehen immer hinter mir im Rücken. Das Schönste als Fahrgel in der Spitex ist, dass ich die Leute zu Hause unterstützen kann. Und weil sie durch uns zu Hause bleiben können, sind sie sehr dankbar. Ich gehe jetzt mit meiner Berufsbilderin zu den Klienten. Und falls es dir gefallen hat, bewerbe dich bei uns in den Spitex-Höfe. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.